Wir sind Schäme. Töte Tangos mit mir, Töte Tangos die ganze Nacht. Das Problem ist halt, dass die sich oftmals selber im Weg stehen, nicht im Weg stehen, aber die sehen sich halt oft. Töte Tangos mit mir. Nein, mir lieben, willst du mich echt vergaggeiern? Jetzt bewegt er sich auch noch. Ich hab bis jetzt keine Probleme. Ich weiß nicht, was du dir für Probleme machst. Ne, ich hab ihn genau auf den Kopf geschossen. Wir sind gejagt. Du bist gejagt, nicht ich. Also bei mir nicht. Verstärkung rückt an. Jetzt hab ich verfehlt. Warum auch immer. Ah, jetzt kommen die von der Seite. Die kamen von der Seite. Also Verstärkung haben wir. Ja, ich rufe, ja. Ich hab Pakatarium Verstärkung gebeten. Was, was? Ich haut da mal Mörser rein. Wenn die so oft Mörser machen, können wir das auch. Na ja, so oft können wir das leider nicht. Gut, wir schießen noch mehrere auf einmal. Da geht ja nicht mit. Jawohl. Das war ich mit meiner Granatwärmfeier auf die Gegner. Hütt. Ah, da kommt immer noch einer. Ach, warum hab ich immer noch hier? In den Arsch geschossen. Das ist ein Heli, warte, ich mach den. Ja, Heli. Heli, schieß dich an. Ich bin am Boden. Ja, ich mach ihn. Du verdammter Heli. Was hab ich dir getan, bitte? Scheiß Unidat. Ach, jetzt kommt auch noch die Unidat. Ich hab keine Lust mehr. Tschö. Oh, ich werd dich überfahren. Der LKW hat mich fast überfahren. Frag mich echt, warum jetzt die Unidat sich auch noch hier einmischen muss. Ach, scheiß, ich hab keinen Heli. Doch. Wie wär's denn, wenn du mich mal hältst? Wenn du mich mal hältst. Halte mich. Ach, da ist ein direkten Gegner. Ist das ein Gegner oder ist das kein Gegner? Das ist ein Rebell. Ach so. Und der könnte ja auch helfen. Ja, eigentlich schon. Oh, hat das so lange gedauert. Gut, verdammt. Leute, frisst Mörser. Lenkt die ab. Ich hab ne gute Idee. Ablenkung. Komm und lenken sie ab. Gut. Wir können es auch nicht zurückhalten, um die Unidat das Ganze machen lassen. Oder ich lenke sie ab. Jetzt halt die Frage, wo ist das Fahrzeug? Da ist das Fahrzeug. Passt das? Fahr mal mit einem gepanzerten Fahrzeug rein. Irgendwo hier wird es schon sein. Kann man sich ja nicht verstecken. Das ist ja ein Fahrzeug. Ich hab ne Idee. Ich lande auf dem Dach. Nee, ich muss weiterfahren. Ich lande so auf dem Dach, dass der Typ da nicht hochkommen kann. Börser. Ich hab jetzt schicken. Alter, willst du mich verarschen? Was ist am Boden? Nee, mein Auto fährt aber kaum noch. Verwucht. Ach da, scheiße. Scheiße, Sniper. Ich kann dir jetzt überhaupt nicht mehr helfen. Ich glaube, das ist ihr Mörser-Ding. Ich glaube, ich habe hier einen Mörser zerstört. Nein, habe ich nicht. Mein Auto fährt nicht mehr. Ja. Können die jetzt von hier unten alle kalt machen, aber... Da hab ich gerade, wo das Auto ist. Nein, sie haben mich kalt gemacht. Wow. Ist ja du, wenn man mit zwei Schuss tot ist. Soll ich hier einfach ausharren, oder...? Ja, versuch's. Für den Gebäude. Ich mag Züge. Weil die sind ja kaum noch Leute. Ich wüsste nur gerne, wo das Fahrzeug leisen müssen. Ich bin mal gespannt, ob der jetzt überfahren wird. Oder du darfst überhaupt auf den Gleisen. Na, Züge. Versuch, er wird zu überleben. Dann bin ich nämlich gleich wieder da. Okay. 18. 17. 16. 15. Ich habe die Rebellen gebeten, die Gegend. 15 Sekunden. So gut. Mach doch deine Aufdeckung. Äh, Aufdeckung. Ich bin gleich wieder da. Noch drei Sekunden. Ganz wenig Gegner nur noch. Bei mir sind die alle gewesen. Bist du da? Ja, ich bin wieder am Leben. Jetzt kommen doch noch die Unilater rein. Ich stehe jetzt. Was lüchten die sich jetzt hier noch ein? Die wollen halt Spaß. Ich will Spaß, ich will Spaß. Gas, ich gebe Gas. Ich suche gerade das Auto. Das heißt doch, ich will Spaß, ich will Spaß, ich gebe Gas, ich gebe Gas, ne? Ja. Warum? Das ist schon ein Lied von Hitler, oder? Na, eigentlich nicht. Na ja, wenn man Gas gibt und dabei Spaß hat. So voll Nazi-like. Oder man furzt halt gerne, oder? Oder man fährt halt schnell Auto. Danke für die Medikamente. Oh, sie ist verdammter Auto. Du, 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 du. Weniger, ha, 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 ha. Ich weiß es nicht. Das muss hier irgendwo sein. Du kannst ja nochmal Verstärkung rufen. Ich mach mal ne Ablenkung. Denken, wir sind von da. Pack mal Mörser rein noch. Ah, ich bin nicht mehr gestört. Na, ist das Ding kaputt? Ja, dann hab ich das zerstört im Modest, also das Ding, was ich zerstört hab. Tango ist tot. Na, ist einer weniger am Leben. Ich glaub, das schaffen wir. Ja, eigentlich schon. Wir müssen ja für die Unikaten auch besiegen. Das stimmt. Oder das Fahrzeug finden. Es wäre besser. Muss doch irgendwo hier sein. Eigentlich schon, ne? Mission. Funktion ab. Ich glaub, wir haben gar keine Gegner mehr hier. Ein paar, aber nicht mehr viele, glaub ich. Danke. Jo. Finden Sie es. Das ist halt die Frage, was für ein Fahrzeug der hat, ne? Ja, schon da auch wieder. Aber wenn's zerstört wäre, dann wär's schon längst wieder weg. Das stimmt. Naja. Peri, wir haben ja nicht ein Rohr mehr als. Hm. Nehmen wir an, das ist ein... Das Problem ist, du siehst ja nicht mal auf der Karte, wo das Auto ist, ne? Ne. Muss hier irgendwo in dem Gebiet sein, aber wer weiß, ob das hier in dem Jahr... Ah. Du weißt den, oder so. Was dir? Ja. Ich hab' Komm, ich abholen. Jo. Vorsicht. Die fahren alles gleich Auto. Mit Profi. Pass auf, wir fahren Züge, ne? Wenn du weißt, ich mag Züge. Das ist ein Gegner. Das ist ein Gegner. Ja, ich hab' den. Ach, die Karre ist so geil. Gegner. Tschöö. Sie ist nicht hübsch, aber stark. Ist ja noch drei Kilometer herst, glaub' ich, danach machen wir dann... Jo. Statistik und dann... Ja. Das ist ein Moppet. War hier schnell die Karre, ne? Ja. Stimmt schon. Zählen wir auch ein bisschen was von dem Gelände hier. Mhm. Und da kommt die Unidad wieder, oder was? Boah. Lass sie doch. Fahre vorsichtig, wir müssen lebend mit dem Auto ankommen. Ja, dass wir lebend ankommen müssen, ist klar. Und das Auto auch. Ja, es hat einen kleinen Plinker kaputt. Och jo. Schnee, ne, ne. Schnee, 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 schnee. Schnee, 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 schnee. Später dann auch F1 2020 Millionen. Hast du hier eine Folge eigentlich gesehen, wo wir uns mal gerammt haben mit Motorrädern? Unserer? Ja. Kann sein, ja. Aber in dem Moment, als ich gegen dich gerammt bin, einfach die Kamera in dem Moment gewechselt. Gehendisch. Ja, das habe ich gesehen, stimmt. Halt, stopp. Dann nicht. Ja, wir müssen da hinten hinfahren, ne. Ich wollte der Heli-Unterstützung geben. Oh! Das war ein Gegner, den ich auch schon übergeben habe. Darf ich auch mal fahren? Nein. Okay. Nein, okay. Nein, nicht berühren. Gegner. Alter. Oh cool, da geht ja wirklich sein Auto. Fertig, da war das gleiche Auto. Ja, ich wollte es in die Luft, dann hätte ich uns vielleicht mithalten. Ah, hier. Schön, ne. Gebiet. Hi, Gegner. Wir sind zu schnell für euch. Ja. Ah, nein, doch. Weiter! Gebellen! Wir fahren die Rebellen, die wurde einfach nach links. Schluss ich habe sie abgedrängt, die Rebellen. Die haben uns gerettet. Gib Gas, gib Gas. Gib Gas. Na, wir sind da. Bitte biegen sie rechts ab. Dann achten sie auf Züge. Denn sie wissen ja, ich mag Züge. Bitte an der Lüpfatz. Lüpf... Lüpf... Lüpfatz. Schell, 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 da kommt die. Sieht nach Spaß aus. Schade, dass wir arbeiten müssen. Wieso müssen wir das Auto bitte an der Teilstelle abstellen? Weiß ich nicht. Okay, das war's mit dieser Mission. Wir haben das jetzt nur das Grüne. Wir müssen das Grüne. Hier. Warte. Psch, psch, psch. Mit dem Nachschub können wir uns wohlwollen von den Rebellen verdienen. Prendon. Ja, ist gut. Euler. Gut, dann machen wir jetzt. Pläne Vous hast. Prendon. 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 Aber Mercedes. ich mag gute machen wird sich statistik und mögen züge statistik ja okay ich mach mal tötungs entfernung 59 meter und 40 meter 13 prozent tag nicht 25 prozent 46 prozent ladlose eliminierung 48 prozent acht minuten lebensdauer acht minuten 402 meter weites ausschuss 467 meter 15 prozent präzision 21 prozent 178 kameradenmeter beliebt 156 96 c4 96 c4 1 30 in der drohne 229 in der drohne 47 in der luft 341 in der luft 834 im boden 1743 am wohnen 66 sprünge 72 sprünge 100 prozent 105 prozent und echt nein und meine lieblingswaffe ist die p 416 meine ist die aug a3 ok ist meine m 40 a5 meine ist die 21 wird alle 15 minuten aktualisiert ich guck mir noch meine lanowenner handfeuerwaffe an ok chinka ching ok das damit habe ich meine präzision nach unten gemacht und wir sehen uns beim nächsten mal wieder ciao ciao ciao